Willkommen wieder zu einer neuen Folge Play Raw Bliss Online Ja, weiter hier im Quest Ich soll irgendein heiliges Wasser hier Um die Wunden, ah, steh, um die Wunden des Baumes zu heilen oder das Feuer zu löschen Das heiliges Wasser Ah, fünf Stück Fünf Mal muss ich das machen So, jetzt schnell wieder da Muss ich wieder zurück zum Quest Danke, wie fühlst du dich? Genau Schlimme Erinnerungen an den Tag, wo das hier alles passiert ist Und jetzt muss ich in ein Sanctuary of Life hingehen Das ist bestimmt hier irgendwie so eine Kapelle des Lebens Steht aber noch nix, was ich da machen muss Ah, bin ich hier im Sanctuary? Ich muss da reden Was soll ich jetzt attackieren hier? Abschluss Kommen drei Gestalten, glaub ich, und die muss ich alle Kommen zu sehen, wie das ist nämlich No-Mit-Kommett Kommen zu sehen, wie das nur in der Kommen zu sehen So, Target Kommen zu sehen So, Target Kommen zu sehen So, Target Kommen zu sehen So, ich bin mit I understand Gatekeeper Gatekeeper Geportet, oder was? Geht in irgendein Runtersteht Kann man Porten zu einem Versteck Wahrscheinlich Ne, der war ein Keller Soll ich ja Vorwärts gehen und Am Ende mit jemandem reden Mit Elaine Hier hat mich was zu sagen Hoffentlich hat hier auch was zu sagen Echt schön Gemacht hier Die Bude Ach, das war das vom Video, glaube ich Oder so ähnlich Elaine Da ist sie Kann ich was ausfüllen? Was ist jetzt noch? Der Baum wächst wieder Okay Eine Elfin, oder was ist das? Und da fliegt sie weg Super Zack Ja, Level 3 Voll krass Level 3 Ja, ich hab das nicht Verschallend für der wieder L.A. ist 平安 Ja Ich hab das nicht 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 Ja, jetzt muss ich hier Wieder rausgurken Das ist ja auch klar, ne? Wohin geht, muss man auch wieder raus. Beam me up, Scotty. Now Luading. Immer noch Luading. Jawoll, ich muss wahrscheinlich mit jemandem reden. Wo sind wir hier? Was? In die Mitte oder was? Voll weit. Auch noch zwei Zusatzquests scheinbar. Voll geil runtergesprungen. Voll geil. Geh doch schnell hin. Das bringt ja immer noch alles. Aha, und hier ist also die Hauptbude. Guck mal da rein. Einmal rum und rum. Wunderbar. Broken, oh. Reinders. Was? Matthias Habibi. Mit Shoot-Sets. Ja, natürlich. Was? Das wird wahrscheinlich folgen. Listen to him. Listen and follow. Oh, der läuft ja auch wieder im Kreis rum. Den läuft ja im Kreis rum. Der da auch viel zu sagen noch. Der da auch viel zu sagen noch. Der da auch viel zu sagen. Üben mal hier. Wieder reden. Äh, und Üben mal reden. Ah, ich kriege die Schuhe. Ich bin von daherlich. Level 4. Na, das sieht doch einmal an. Mal die Schuhe. Episch. Cool. Jetzt hab ich die Technik gelernt. Und. Ich glaube ich nur noch zum. Zum. Master. Oder wo war das hier? Das ist hier auch. Skillbook. Ja? Soll ich doch? Nein. Kann ich auch fliegen. Ah, das ist ein Qua. Voll der Qua Skill. Fire Restrict. Ach, das ist ein Passiv. Gut. Flame Vault. Wuh. Das ist ja was. So. Dann muss ich aber hier wieder labern. Dann muss ich aber hier wieder labern. Dann. Dann muss ich keinen. Dann muss ich keinen. Okay. Find a store. Ich soll einen Laden finden. Geschäft. Wahrscheinlich muss ich da Tränke kaufen nur als Tutorial. Schöpfe. Ich nehme mich mal an. Ich sehe mich mal an. Das ist ja einsatz. Lillian Teess ist mir so. Ach, wie war es. Die Schöpfe. Es ist ja drin. Und. Es ist ja nur ein Paarer. Die Schöpfe. Oh, hier ist alles für eine Quest. Wir müssen alles annehmen. Später gucken wir, wo uns die Quest hinführen. Oh, man kann auch hier über Steine rüberjumpen, merke ich. Ah, cool. Cool. Kann man quasi auch runter machen und heile aufkommen da. Das hat ja was. Okay. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag schon hier zwei. Spiel zwei hat das bedeutet. Zweite Ebene oder was? Nee, das versteckte Typ. Stuhlen. Bitte. Rede. Anstatt mich anzugreifen. Okay. Warum kann ich nicht durchbohren? Wände blockieren mich, ja. Nicht gut. So, wie du es so sehen, war schon tot. Das kann ich dir schon mal sagen. Ah ja, da fordert er sich. So. Eine Quest haben wir hier noch als Fragezeichen oder Rufzeichen. Ich muss noch mal schnell hin, den annehmen. Und was habe ich denn für eine Robe sehe ich gerade. Krass. Ah ja, eine altbekannte Questgebern hier. Jungmann, I understand. Was? Noch eine Quest. Ah, nehm ich mal. Tja, EP und alles. So. Wohen ist die Hauptquest? Da. Da ist auch noch was. Okay, nochmal hier links links. Ah, diese Türme muss ich aktivieren jetzt. Voll krasser Dackel. Oh, der macht auf jeden Fall damage. Ah, für eine Quest muss ich die auch machen. Rebid for Cloud. Also. Clackmonkey muss ich auch machen. Scheinbar die, die so ein Zeichen haben, die Geld sind, das sind dann die Killquests. Das ist auch schonmal cool markiert. Das ist auch schonmal cool markiert. Dann sind wir alle schon mal stark. Atackeiert er nicht. Fertig. Ah, das ist unfertig. Ah, die zweite Quest fertig. Ah, nimm schon alles mit. Nimm alles mit. Boah, One-Head, One-Head-Man, One-Head, Flame-Opener, was, voll daneben, voll das, warum, so Affe, der hat schon scheinbar nix. An Items. Der hat ein Auge, nimm mal das Auge. So, ich muss mir jetzt, komm ich hier hoch damit. Schade. Was gibt's denn hier? Wieder so ein Teil. Da braucht man mehr. Okay. Ich brauch hier eine Quest. Startet damit. Schnell laufen. Oh, hier. Schnell laufen. Oh, hier läuft echt schneller mit dem Truck. Was ist das? Ui, la, bam, fertig. Alles klar. Komm mal weiter. Zack. Zack. äh Gras Display Was ist das? Wir können hier quasi zurückgehen Den machen und dann die gelbe Quest abgehen Die blaue scheint der Haupt-Quest zu sein So So Ich aber erstmal mit gelbe Quest abgehen Ich glaube ich kann Zwei abgeben Einer Da habe ich noch Hört Cool Dann auch immer Silber und Gold und hier Der Inventar ist auch relativ groß muss ich sagen für den Anfang Kann man echt nicht mehr Zumindest für den Anfang Mal gucken Wie es weiter geht Hier mit den Quests Quasi seine Grundausrüstung Handschuhe und C3PP Ein paar Sachen habe ich zwar schon so gefunden Durch Flames habe ich gelernt thought Flames Flames Flamingjet видели Support Swings Flames 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 sankt war schön ist auch dass man hier so weit draußen kann wird wahrscheinlich später bei großen gegnern relativ wichtig irgendwie und level 5 wunderbar das ist ein gilde zurück zum hauptquests und wieder so wurde die angezeigt cool quest log ach so jetzt sieht man sogar den fortschritt in schritten in der quest log die man schon gemacht hat ja nur will er nicht mit mir reden server connection ist mir lust alles klar das wäre es für die dritte folge hier wenn euch das gefallen hat teilen liken kommentieren sagt was ihr sehen wollt sagt was ich ändern soll wir machen das wir versuchen das haut rein bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal wir sind